Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über neue Beschlüsse der EZB zum digitalen Euro. Wir schauen uns an wie weit der digitale Euro tatsächlich schon ist und warum schon 2023 der E-Euro als Zahlungsmittel zur Verfügung stehen könnte. Ebenfalls gehen wir der Frage nach, ob das Bargeld zur Einführung des digitalen Euros bereits abgeschafft werden soll. Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt dran. Bevor es losgeht wie immer noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wie einige schon mitbekommen haben gibt's uns seit kurzem auch bei Telegram. Folgt uns also auch unbedingt bei Telegram, um immer auf dem Laufenden zu sein. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Startschuss zur Entwicklung des digitalen Euros ist längst gefallen und die Pläne werden dabei immer konkreter. Nun wurde bekannt, dass die EZB in zwei Jahren schon einen Prototyp vorstellen möchte. Die FAZ schrieb hierzu. Zitat. Eine ranghohe Taskforce zum digitalen Zentralbankgeld arbeitet daran, Anwendungsfälle und Designmöglichkeiten eines Digitaleuro zu identifizieren. Nach dieser Phase würden technologische Lösungen untersucht, sagte Panetta. Wir gehen davon aus die designrelevanten Entscheidungen bis Anfang 2023 einzugrenzen und in den Folgemonaten einen Prototyp zu erstellen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Dabei hatte die Europäische Zentralbank schon im Sommer ein Großprojekt für eine zweijährige Untersuchungsphase für den digitalen Euro angekündigt, welches im Oktober startete. In dieser Untersuchungsphase sollen Eigenschaften wie technische Grundlagen, Datenschutz und Privatsphäre geplant werden. Ebenfalls soll untersucht werden, welche Auswirkungen die Digitalwährung auf den Markt hätte und welche möglichen Änderungen an den europäischen Rechtsvorschriften notwendig sein werden. Im Anschluss soll eine dreijährige Realisierungsphase erfolgen. In dieser Zeit soll eine enge Zusammenarbeit mit den politischen Institutionen in Europa, im Europäischen Parlament und anderen europäischen Entscheidungsträgern erfolgen. Auch mit Privatpersonen, Händlern und dem Zahlungsverkehrssektor werde der Dialog gesucht. In spätestens fünf Jahren wäre die Entwicklung des digitalen Euros damit abgeschlossen und er könnte vollständig eingeführt werden. Dabei wird der Druck beim Rennen um eine digitale Währung für die Zentralbanken immer größer. Vor allem in Frankreich wurden Bedenken geäußert, dass die Einführung der digitalen Währung zu langsam vorangeht, da Digitalwährungen von beispielsweise Facebook oder auch Kryptowährungen europäische Währungen verdrängen könnten. Auch den Anschluss an andere Digitalwährungsprojekte anderer Zentralbanken wie in den USA, in Großbritannien, China und Japan will die EZB nicht verlieren. Während in Europa noch über den Rahmen einer digitalen Zentralbankwährung diskutiert wurde, hatte die People's Bank of China schon zu Beginn diesen Jahres eine Testphase gestartet. Tausende zufällig ausgesuchte Personen hatten ein Guthaben über den iHuan in einer App erhalten, das sie testweise in mehr als 10.000 Shops ausgeben konnten. Über Aktionen und Startguthaben im Rahmen von Werbeaktionen versuchte man die digitale Währung möglichst schnell an die Bevölkerung zu bringen. Laut aktuellen Medienberichten benutzen inzwischen über 140 Millionen Menschen den digitalen Juan, der aktuell bei anderthalb Millionen Händlern benutzt werden kann. Im Bezug auf den digitalen Euro warnte EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta kürzlich vor einem Ausschuss des Europaparlaments, vor überzogenen Erwartungen. So sagte er, dass es nicht möglich sein werde, dass der digitale Euro sofort mit Einführung in jeder Hinsicht alle Erwartungen erfüllen werde. Wie so oft betonte die EZB, dass mit dem digitalen Euro-Bargeld nicht abgeschafft werden solle. Der digitale Euro solle das Bargeld nur ergänzen, damit alltägliche Zahlungen schnell, einfach und sicher erfolgen können. Mögliche Verdrängungen im Geschäftsalltag und eine stärkere Durchsetzung könne die EZB laut Fabio Panetta jedoch natürlich nicht ausschließen. Sehr wahrscheinlich wird man dann wie auch in China Anreize setzen, um den digitalen Euro-Salon fähig zu machen. Die Einschätzung, dass es am Ende nicht auf die Abschaffung des Bargelds hinausläuft, dürften wohl nur noch sehr wenige teilen. Viele grundlegende Fragen sind dabei offiziell noch unbeantwortet. Bereits jetzt ist bekannt, dass jedem Bürger eine digitale Geldbörse, ein sogenanntes Wallet zum Speichern des digitalen Euros zur Verfügung gestellt werden soll. Die FAZ berichtete hierzu. Zitat. Es gebe mehrere technische Möglichkeiten, hoben EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta und Ulrich Bintseil Generaldirektor für Marktinfrastruktur und Zahlungsverkehr, seinerzeit in einer Pressekonferenz hervor. Die EZB tendiert aber wohl dazu keine Blockchain zu verwenden, wie sie im Fall von Bitcoin im Einsatz ist. Er könnte beispielsweise das bestehende Echtzeitüberweisungssystem Tipps aus Italien die technische Grundlage bieten. Das Tempo von Zahlungen wäre hoch. Ökonomen hatten allerdings gemahnt, man solle die Ansprüche an die neue Digitalwährung nicht so weit herunterschrauben, dass daraus nur ein zweites PayPal werde. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Ein Vorteil für die Verbraucher soll bei Nutzung des E-Euros sein, dass sie den digitalen Euro direkt von der Zentralbank erhalten und somit bei einer Pleite der Hausbank geschützt wären. Nach einem Entwurf des EZB-Fachmanns Ulrich Bintseil soll jeder Bürger maximal 3.000 Euro auf seiner Wallet speichern können. Beträge, die den zukünftigen maximalen Betrag auf dem Wallet übersteigen, sollen auf ein Bankkonto fließen. Zudem sollen gerade kleine Zahlungen im Internet mit dem Digital-Euro günstiger sein als bislang. Auch EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta gab als Grenze 3.000 Euro an, um einen möglichen Bankrun zu verhindern. Auch soll verhindert werden, dass die Bevölkerung in Ländern mit schwachem Bankensystem nicht ihr gesamtes Geld in die digitale Währung tauscht. Während einigen die Entwicklung des digitalen Euros nicht schnell genug geht, mahnt noch Bundesbankpräsident Jens Weidmann, dass Sicherheit vor Schnelligkeit gehe. Die FAZ schrieb hierzu. Zitat. Bundesbankpräsident Jens Weidmann dagegen hatte mehrfach gemahnt, in dieser Frage gehe Sicherheit vor Schnelligkeit. Außerdem hatte er den ordnungspolitischen Gedanken ins Spiel gebracht, dass die Notenbank private Initiativen auf dem Gebiet des digitalen Bezahlen nicht im Keim ersticken dürfe. Zudem müssten die Auswirkungen auf das Bankensystem sorgfältig geprüft werden. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Für Weidmann steht zudem außer Frage, dass der digitale Euro nicht die Anonymität des Bargelds bieten könne, da digitale Zahlungen nun einmal Spuren hinterließen. Darüber hinaus müssen Behörden im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen Transaktionen nachvollziehen, damit sie illegale Aktivitäten wie Geldwäsche überhaupt ahnden können. Nicht nur europäische Datenschützer forderten schon mehrmals, dass es mit dem digitalen Euro zukünftig möglich sein sollte, vor allem kleinere Beträge anonym zu bezahlen, da sonst mit Einführung der digitalen Währung eine komplette Überwachung möglich ist. So betonte beispielsweise Michael Kaiser von der hessischen Datenschutzaufsicht, dass auch die Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine vollständige Überwachung nicht begründen können. Und auch der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Banken Andreas Krautscheidt, betonte kürzlich in einem Interview bei Capital, dass bei der Einführung des E-Euros die EZB zu einer Geschäftsbank werde, und deutsche Banken ihre Funktion und somit auch ihre Bedeutung regelrecht verlieren könnten. Infolgedessen könnte das komplette Finanzsystem destabilisieren. So sagte er im Detail folgendes. Zitat. Das ist derzeit nicht absehbar, denn niemand kann prognostizieren wie viel die Bürger von ihrem normalen Bankkonto auf das Zentralbankkonto umschichten würden. Wenn dies im großen Umfang geschehe, könnte das am Ende die Kreditvergabefähigkeit von Banken beeinträchtigen und eventuell deren Refinanzierung erschweren. Diese Risiken werden von den Zentralbanken gesehen und mit uns diskutiert, denn wir haben ein gemeinsames Interesse an der Stabilität des Finanzsystems. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Und was denkt ihr? Ist der digitale Euro Fluch oder Segen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald. Euer Team von Finance Experience.